Tai Chi im Haus Luggensland, letzter Teil, Teil 8. Peitsche links, Wolkenhänge Nummer 73. Füße überkreuzen. Dreimal. 74, Peitsche rechts. 75, tiefe Peitsche, gekreuzte Fäuste. Nachdrücken. 76, den Tiger anschauen. 77, gekreuzte Hände. Die Haltung ist ähnlich wie Sattelauflegen. Pferdsattel. 78, Wirbelwind. 79, den Lothos streichen. 80, den Bogen von der Wand nehmen. Und den Tiger schießen. 81, Fauststoß. 82, Hüftekreisung, die Elf. 82, Hüftekreisung, die Elf. 83, großer Kreis und gekreuzte Hände. Vielen Dank. 81, O presentant. 82, kille, die Elf. 83, Tha cuzet hab die Ete. Broadway from jouem hambrient. 93, Washington. hard味 in備. Untertitelung des ZDF, 2020